Ihr hättet mich ja wiederbeleben können. Hätte, hätte. Fahr, Mucka! Ja, pass auf, wir müssen jetzt ganz nach hinten hin, da oben. Oh, du hast ein Panzer? Ja. Fahr, Mucka, fahr! Haha, geht der los, warte? Das war gar nicht Gas-Gamen, das war Schießen. Haha, geil. Damit sag ich hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Battle 4 Multiplayer Online. Heute auf Seitenstraße, Eroberung. Und ich hab den Mann mit am Start und den Dark Devil Chin. Du begrüßt doch mal unsere Leute hier. Ja, hallo. Hi. Wer fährt denn überhaupt, Alter? Ey! Was soll den Chat unterholen? Ich war's. Problem. Ich hab's... Ich hab's für mich jetzt schon. Da oben fliegen. Ich weiß gar nicht, was ich bin. Ach, Sani. Na toll. Sani im Wüstengebiet, ey. Das ist wieder... Greif das Einsatzziel an! Hallo? Das ist so... Verschwommen. Hier. Ach, die Fahrt. Hui! Wir müssen weg. Oh, Mann. Ja, rennt doch alle hin. Jetzt musst du nicht mehr ankommen, Luca. Verbriss dich. Oh, Jin ist unter die Kette gekommen, glaub ich. Ey! Hier, mal ne Daumen müssen wir hin. Daumen. Ich bin hinter euch. Okay. Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen. Dann hat er zu den Bauch. Da, 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 da. Da, da, da. Da, da, da. Oh! Oh, Gah! Oh! Und Panzer! Oh! Die Panzerabwehrschützen sind gut. Ich war aber nicht hier mit dem Panzer. Aua! Hilfe! Die nächsten habe ich drauf. Ich brauche Leben. Achso, ich bin ja selber Sani. Das ist der Panzer, Jungs. Jin, was pepelst du hier? Er ist davon. Äh, Leben. Ich brauche Leben. Ich hab nicht mehr gesehen ab. Ich hab nicht mehr gesehen ab. Kalt! Jawohl! Jetzt kommt's raus, oder? Nee, nee, die sind alle doof. Nee, nee, die sind alle doof. Da ist einer. Ist noch einer? Na, den haben wir. Ich bin Muni, Mugga. Wie liegt das? Muni, Muni, Muni? Habe ich nicht. Ich muss nämlich meine Raketen auffüllen hier. Funktioniert alles hier. Schöne mal. Oh, da hinten ein Fallschubspringer. Oh, oh. Hier links ist auch was runtergekommen. Kannst du auch hier sehen? Ja, ich auch. Ich hab sie doch gesehen mit ihren Nylonstrumpen. Wollen wir hier runter zur F, oder wo seid ihr? Denk mir mein Mann an. Geschütz. Ich fahr einfach nur. Immer in Bewegung. Geh mal hier gucken. Da. Boden ist frei. Kleiner von uns. Aber einfach muss man so. Revier markieren, weißt? Da oben rennt man. Am Berg. Ja. Oh, hinter uns. Mugga links von dir. Hinter uns? Hinter uns war man noch ohne Base. Oh, das ist ein Panzer. Ich geb' ihnen eine mit. Der Schutzer. Der kann ja mit meinen Schausrichten. Mugga war kaputt! Hä? Ich bin tot. Wo geht der denn? Wo geht der denn? Ja, ja. Oben drauf liegt der. Ganz oben drauf. Ja klar. Wir sind auf dem Weg. Sein MG. Und wie er sprüht, ne? Ja, warte! Nein, 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 nein! Der hat mich kaum gesehen. Wo, wo, wo? Wo, wo? Ja, wo Mugga gesagt hat. Wollten Messern, aber ging nicht. Na, ich hab drauf geschossen und ist mir umgefallen. Ging nicht. Ging einfach nicht. Wo Mugga? Ich bin jetzt auf dem Weg. Hier ist nichts. Ach, ey, du soweit bist du schon längst weg. Ey, ja. Oh, oh, oh! Da vor dir! Vor dir! Vor dir! Da sind zwei Mann! Da hast du ihn endlich. Ja. Einen anderen sehe ich nicht. War soweit weg. War drüben. Ja. Ach, Mann. Ich will das bauen. Ey, da sind ein Sniper rum hier. Aua. Boah. Ja, mit der Spaß, Alter. Von da hinten. Was ist denn mit ihm, ey? Skill, Junge. Genau, Mann, ey. Ich wollte ja sagen, da war noch einer. Das ist ein Panzer. So ein Panzer. Du hast dich deiner Position gesichtet. Wir haben gerade die Kontrolle über Einsatzziel Foxtrot überlaufen. Jin, schieß doch! Was denkst du, was ich hier mache? Siehst du das nicht? Er lebt immer noch. Das war jetzt in der letzten Sekunde. Kalt gemacht. Oh, das ist schon der Fall. Jawoll. Panzer von da oben. Der hat 60 Prozent, meine. Nein, hab ich. Sehr schön. War diese dumme Sau, die mich untergennaift hat. Das Auto scheiß Ding hat. Dings anvisiert, den Snapper, der da war. Hab nen feindlichen Leichtpanzer gesichtet. Over. Oh, der hat ein Panzer. Ja, ich weiß, links oben. Ja, mich hat er. Mann, du hol doch dieses Drecksding weg. Greif dieses Einsatzstil an. Ach ne, ich versorge ja so ne. Undankbare Klasse, Alter. Ja. Ich hab nen feindlichen Panzer gesichtet. Yeah, im Kampf gefallen? Was ist das denn? Ich schieß... Ey. Scheiß. Da haben sie dich geswitcht. Kann doch nicht sein, Alter. Dein Dreckskacke hier. Echt. Mann, oh. Da liegen sie in der Dün. Oh. Ach, komm ey. Ich komm jetzt wieder da zu den Trappeln. Oh, der ist. Joack. Ach nee. Ja, ja, einen hab ich. Ein Einig auf sein Motorrad erwischt. Schlittert berg runter. welches alles klar nisch der geht nicht drauf so sollte auch alter ehrlich ja kommen will ich doch ja krass ganz krassen c4 ich glaube es nicht einfach eine neue nacht ich kann gar nicht reden die draußen ist alles voll arbeit ich euch bloß sagen ich bin ich nicht raus es ist mein Tipps ja einheit mitgenommen der andere steht hinter so ein paar Containern und schießt auf euch ja ich sehe mtna Dark Knight drehen in den Augen weggemagnomt da liegt dann bitte mitten auf den hügel mit Claymore und wer ist so dumm läuft rein alle sind jetzt überall wüste ne hier ist überall wüste und eine Claymore pass auf ja ja alter da hinten ist es voll naja hier ist überall drei Mann hier kommt schon wieder eine mit dem Motorrad aber ich werde Angst schlossen ich habe nur 16% piff paf piff paf wer ist ein evil kniebel oder was ja Turks Turk ist schon wieder drin eine Osmani alter die regen mich auf die Türke ich weiß ja kniebel mit seiner Stuntshow ja bei der andere macht der auch nicht aua ooooh anstrengt alter ergeben wie die Umsatz in seinem Motorrad ne mit seinem Moped und mit seinem Moped und kick aua aua von wo oh hinter die Hügel hinter die Steine alle beide Junge hast du mal das schön Dark Knight und sein spannende Mann so wollen wir nochmal ein anderes Versuch machen oder was ja kann man die Feuershow hat ein Ende komm 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 hinten auf Alpha oder was hinter dir gib jas ha 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 jetzt zeigen wir mal wie Moped fahren wird oh das ist ein Panzer fahr damit hin ich schrecke ab ein feindlicher Panzer? ne ist schon gecleared clear bös angeschlagen da hinten sind schon wieder feindliche da Iwe Knie ah ne doch Iwe Knie ist wieder unterwegs Sam Moped so das ist ein Kick da sag ja Makima Charlie hab ich auch hier liegt doch irgendwas rum muss weg ja muss weg sieht jemand rum muss weg genau ja ey diese verdammt den Schupppanzer ja ich hab Mo Kick ach wir haben diesen Punkt denn nehmen da ist Iwe Knie da ist Iwe Knie Alter machen weg sehr schön ne Alter hätten ja auch sein das ist tot gemacht hier er hätte mich ja wieder überleben können hätte hätte Fahrmoga ja was auch wir müssen jetzt ganz nach hinten hin da oben oh du hast ein Panzer ja Fahrmoga Pfarr ich krieg schon wieder vom Panzer ich glaub's nicht Alter was ist denn das hier den Echo wurde gerade neutralisiert hahaha wiii ha 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 oh da war schon wieder Iwe Knievel Alter oh wie man riecht mir jetzt langsam hihihi los rasali MC komm mach mal ein Rückwärtssaldo hier runter von den Dünen Backflip ok wir laufen überredet so schnell Mokka guck mal hinter dir ich habe einen feindlichen Helikopter gesichtet hahaha luki luki hast du hier ein sicheres Fleckchen gesucht manne ich kletter jetzt in die Hubschrauberin ja das seh ich ok Hugglitsch warte manne wir nehmen uns hier ein Moped wir nehmen uns hier ein Moped nehmen uns hier ein Moped nein hab ich um in ne Berge Achtung mich hat er auf den Stein Mokka hat er auch ja mich hat er auch jetzt mord einer bei ihm schon sind wieder zwei wo in den Steine oder in den Berge da wo er vorhin war oder wie nein da ist noch einer oh man du im Panzer feindlicher Panzer mhm 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 hat nicht geklappt löst sich in Luft auf mhm und wenn ich mich nicht bewege können sie mich nicht sehen Mann ey wie die bezaubernde Jeans so die Augen zugehalten ihr seht mich nicht ich hab'n feindlichen Panzer in sich Mann 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 Alter, dein Rappel, du. Alter, ich versteh das nicht. Alter, ich mag die Maps nicht. Ich mag die Maps nicht. Ich bin schon so oft die Sturm. Kann ich auch wieder sperren hier. Dann ist der Panzer. Alter, der Hegel. Dann da rausgesprungen? Ich muss ihn da raus. Zwei Mann. Oh, die sind hinter mir. Alles voll hier, Mann. Bleib mal da unten, nicht spawnen bei dir. Na, komm schnell. Ja. Lass mich auf mich zu kriegen. Ich weiß sogar nicht, wo sie hingelogen sind. Doch, sie sind noch unten. Ich hab sie markiert. Einer ist weg. Hui. Hinter euch ist der Panzer. Ich mach mir jetzt ganz klein. Alter, was? Na, Alter, wie bitte? Hab ich gesehen, wie die Kugel links und rechts vorbei ging bei ihm? So wie Nero in der Matrix. Ja, ich würde sagen, das haben wir mal ganz stolz für uns entschieden. Die können noch gewinnen. Die können noch gewinnen, ja. Alles klar. Ja, ganz genau. Sagen wir nicht zu. Kommt in die Kiste, ist abgeheftet, fertig. Ja. Na, guck ich mir jetzt an, deine Statistik, Jin. Gucken, ob das noch Sinn hat, mit dir weiterhin zu spielen. Nö, macht das nicht. Ich verabschiede mich dann. 8 zu 13. Nicht mit Ruhm bekleckert. Ich bin ja auch der Vollpfosten, der vorrinnt. Und alle unfrackt. Und dann selber umgebracht wird. Und ihr habt ja immer schön abgesahnt. Bist ja nicht mal unter den besten 16. Wir haben abgesahnt, jetzt reicht's ja wohl. Ja, sieht man doch. Guck den Mann an, sonst hat er immer schlechter, ja. Weißt du? War. War. Immer um mit dabei. Weißt du? Komm, spielt er mal richtig. Äh, spielt er. Ma. Komm, hat er mal eine richtige Statistik. Genau. Ist ja auch nicht mehr Mekka, Mann. Wir diskutieren das auch noch aus jetzt. Und dann danke fürs Zuschauen. Genau. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020